Die Inhalte oder auch Konfigurationen per Typoskript werden bei TYPO3 üblicherweise in der Datenbank abgespeichert. Die Basiskonfiguration allerdings, beispielsweise zum Zugriff auf die Datenbank selbst, ist in einer Datei abgelegt. Diese finden Sie unterhalb des Webserver-Verzeichnisses, in unserer lokalen XEMP-Installation unter htdocs, dann hier im Verzeichnis T3-Kurs und dort unterhalb eines Verzeichnisses TYPO3-CONF. Die zentrale Konfigurationsdatei ist hier Local Configuration-PAP, die Sie im Notfall beispielsweise auch mit einem Texteditor händisch bearbeiten können. Diese enthält übersichtlich Einstellungen für das Backend, die Datenbank, Extension-Einstellungen für das Frontend, Grafikeinstellungen, in diesem Fall zur Konvertierung von Grafiken oder auch Systemeinstellungen allgemein. Sollte es zum Beispiel für den Zugriff auf die Datenbank eventuell notwendig sein, das Passwort anzupassen, ist dies hier oben im Datenbankabschnitt durch die Eigenschaft Password möglich. Der Konfigurationsabschnitt für die Extensions bezieht sich lediglich auf Einstellungen, die für eine Extension getroffen wurden. Welche Extensions im System aktuell gerade aktiviert sind, ist in der Datei PackageStates.php gespeichert. Dort finden Sie eine in der Reihenfolge sortierte Liste, welche zum einen den Pfad zu dieser Extension sowie auch den Status Active oder Inactive enthält. Die Datei mit den PackageStates sollten Sie üblicherweise nicht manuell anpassen, sondern Installationen oder Deinstallationen jeweils über den Erweiterungsmanager vornehmen. Außerdem finden Sie unterhalb des Verzeichnisses TYPO3-CONF noch das Verzeichnis EXT. Sollten Sie in TYPO3-Extensions nachinstallieren, werden diese in jenem Verzeichnis abgelegt. Und wenn wir nochmal ein Verzeichnis höher gehen, finden Sie hier auch ein TYPO3-TEMP-Verzeichnis mit temporären Informationen. Dort sind insbesondere das Cache-Verzeichnis sowie das Kompressor-Verzeichnis zu nennen. Üblicherweise sollten Sie diese nicht manuell leeren müssen. Es kann allerdings sinnvoll sein, sollten mal Probleme im TYPO3-Backend auftreten, den Cache manuell zu leeren, sodass TYPO3 dann beim nächsten Seitenaufruf die Konfiguration erneut zusammenstellt. Unterhalb des Kompressor-Verzeichnisses liegen zusammengefasste JavaScript- und CSS-Dateien. Diese werden üblicherweise automatisch durch TYPO3 generiert. Sie haben an dieser Stelle die beiden zentralen Verzeichnisse für Konfigurationen sowie für temporär generierte Dateien in TYPO3 kennengelernt. fenner Verzeichnisses Vielen Dank.